Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Skype vor, mit der ihr kostenlos telefonieren und chatten könnt. Ab 13 Jahren könnt ihr euch hierfür ein Konto erstellen. Wenn ihr die App öffnet, wird euch ein Überblick über alle eure Kontakte und Konversationen gegeben. Und wenn ihr jetzt mal auf einen Kontakt klickt, könnt ihr telefonieren oder Nachrichten schreiben. Hier fügt ihr neue Freunde hinzu. Um Freunde zu finden, müsst ihr aber deren Handynummer oder Benutzernamen kennen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, persönliche Nutzereinstellungen zu tätigen. Außerdem ist es möglich, dass ihr euch per Videotelefonie mit euren Freunden unterhaltet. Diese Funktion funktioniert ganz genau gleich wie das normale Telefonieren. Mehr Infos zur App Skype findet ihr auch im Apps und Ups Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald!